hallo liebe youtube-gemeinde ich bin heute hier und ich heiße ich rette recht herzlich willkommen zurück zu der lords of the fall warte ich muss erst die punkte holen das ist wichtig so die habe ich jetzt ganz vergessen oh fuck ich drücke den falschen knopf no und habe schon versagt bin voll raus jetzt gerade eben so warte kurz gerade eben wach worden und schon zocken das kann gar nichts ja genau ich krieg's nicht hin ich werde fix am sterben das ist schon mal sowas von fix er macht immer denselben käse wie soll ich dich da attackieren schau schon wieder es ist ein ding der unmöglichkeit für mich dich zu besiegen wenn du sowas machst du musst diesen brüller raushauen das ist meine einzige chance denke ich wenn ich nach ankomme vielleicht klopp den brüller raus los das wird nichts komm schon schrei mich an du bist doch bestimmt wütend auf mich ach gott es wird nichts nein so auch nicht das wird echt nichts denke ich so nicht mein freund komm schon du musst mich anbrüllen sonst kriege ich das nicht hin ich habe mir denselben schmoren fuck jetzt habe ich zu spät gedrückt so ich habe auch mal was versucht ok das kannst du machen das kannst gerne machen wenn ich weit genug weg bin ja jetzt macht er den scheiß brüller aber ich leider kommt jetzt so langsam so deine kleine schwester wieder mal nicht verwischt ach das war ich muss nämlich darauf achten ob die aufnahme rennt mein laptop hat ein komisches dingsbums ding ganz da gemacht moment warte lass mich abhauen 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 ja gott wenigstens habe ich auch wenigstens was abzogen na es bleibt mir nichts anderes übrig ich muss die magie verwenden ok gut deine kleine schwester kommt jetzt wieder spielen hey ho captain wie heißt denn du eigentlich und er ist weg schwester ist weg ok keine zeit nicht genug magie wow das war ich knapp wow komm schon komm schon komm schon komm schon entweder den brüller oder den käse mit dem schild es ist alles geduldsspiel hier jetzt gerade eben oh ja er macht den käse mit dem schild los da war ich zu langsam verdammte kacke ich bin grad voll durcheinander ich bin grad voll durcheinander so wollte ich das so wollte ich das und so wollte ich das genau naja war mir klar dass du das tust zack zack einfach weg no jetzt hat er mich gekriegt fuck komm bam bam ich muss abhauen ja 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 so jetzt kommen zwei geschwister oder muss ich mich ran halten als erster den schnellen erledigen so ich muss unbedingt mal so komm doch nichts wahr perfekt ich mach das schon gut okay das problem ist nur ich hab fast keine lebensenergie mehr abhauen 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 wir haben ihn gleich gleich hab ich ihn oh ich krieg ihn hin wenn ich jetzt aufpasse krieg ich ihn hin okay zweimal die geschwister schnell als er ist er den schnellen der ist dort hinten und dann die kleine schwester oh mein gott oh no 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 ich komm nicht weg oh god komm 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 zack erwischt bin ein bisschen nervös okay aber nur ein bisschen warm erwischt schön auf distanz komm mach deinen verkackten Brüll oder so dann mach die mir denselben schmäh aber das ist das darf nur ich eigentlich oh ja so kommen wir jetzt wieder so kommen wir jetzt wieder zwei fuck renn doch nicht so blöd den Gras du kleine fötzenknecht ding ich nehme nicht so blöd aus so du okay gut 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 wow jetzt hätte mich das beinah gekriegt bam erwischt oh fuck mit so wenig Lebensenergie muss man echt muss man echt aufpassen jetzt da das ist alles jetzt richtiges Timing dein Ende ist nah Junge du bist tot super endlich besiegt das ist echt hardcore gewesen jetzt ohne Witz für mich war das jetzt so anstrengend ich muss meinen Charakter richtig leveln oder so das ist unglaublich das kriege ich schön das ist ein Turmshield Fast Waffe auch nicht schlecht denke ich oder eine Fast Waffe ist sicher geil so jetzt rennen wir zurück speichern das Ding ab die ganzen Punkte die ich jetzt bekommen habe werde ich verteilen denn ich muss auf Geschicklichkeit 14 na du hast du mich gesehen wie das war super oder jetzt bist du in mich verliebt gib es zu gib es zu so 3000 das geht gib mir gib mir scheiße ja ich muss die ganze alles in Geschicklichkeit reinballern leider Gottes aber war anders geht es nicht jetzt muss ich nämlich wow 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 ich bin ein bisschen hey hey ho als erstes mal schauen das ist dieser Kampfstab der macht um einiges mehr Schaden aber ich bin langsamer mit dem denke ich ich will nur kurz gucken wie war das nochmal Geschicklichkeit 17 wurscht wie kann ich jetzt diesen Kampfstab ähm wie kann ich auf den Kampfstab bin ich jetzt langsamer ein bisschen also wurscht gut speichern wieder so ich will nämlich auf den Kampfstab Ding bekloppen ähm eine Rune ist ja möglich auf den Kampfstab hier nur wie ein leerer Sockel wie macht man das was haben wir hier Heiltränke einen Gasterhof Splitter oh die sind gut die kenne ich Magiesplitter Tributen Splitter oh verleiht mir zu viel oh das ist gut den hebe ich noch auf der Stand Splitter okay schauen wir sich kurz um da gibt es sicher irgendwas schönes für mich hier hier komme ich nicht ran war das echt alles nur herumrennen und fertig ja gut dann ich schaue so Bombe aus oder gehen wir mal mehr ins Licht kurz gucken wenn die Sonne mich anscheint so geil oder hammer gut dann war es das okay ich bedanke mich fürs Zusehen macht das gut haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge tschüssi und wir sehen uns